Taku Tako, Tako, Pamisimo, Tako, Tako, Kikoko, Koko, Koko, Tako, Koko, Koko, Tako, Koko Und was sagst du dazu? Was ja ein Lied macht Weißt du wie unser Report Video? Ich hätte gerade dran denken müssen Ja, na gut, ich fang mal an Intro Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Jump League habe ich lange nicht mehr gebracht Mit der Ultimativen Letzten Wundervollen Und so Ich gehe erstmal hier mit Performance Nein, was mache ich denn hier? Das ist ein neues Modul, eh? Ja, das kenne ich schon Ja, ich nicht, das ist ein Vorteil Aber ich verkack trotzdem, weil ich fünfmal jetzt schon runtergelaufen bin oder so Oh je, ich habe es geschafft Das heißt, ich bin die Beste Äh, der Beste Oh, das war das große Outing Gab's da keine Küste in dem Modul? Hey, or the fuck, ist es eklig Wolltes Outing jetzt hier Wir können ja mal so eine Challenge machen, wer weiter mit F1 kommt F1? Hast du F1? Drück mal F1 Oh, das verwirrt ein Fall Das ist alles nur so nice Wollen wir es mal machen? Warte, ich kann die Kiste deswegen nicht öffnen Echt? Ja, nee, konnte ich gerade nicht, weil ich da hinbeklickt habe schon immer Nein, nicht von runtergefallen Die zwei Modulen, ne? Ich hasse das eigentlich, das ist so lang Es ist leicht, aber es ist dumm Ich verkackte immer So, ich kann die Kiste immer nicht öffnen, aber wir kämpfen nicht so am Ende, oder? Nein, nein, wir gucken, dass uns wieder jemand aufnimmt und dann... ...uns über das Report-Video freuen, das war eigentlich voll lustig Ja, total So, komm Hey, ja, wir stehen da einfach, geben uns Sachen und die Gegner kommen so einfach, mach uns zu Ja, aber das ist voll lange her, sowas würde ich nie wieder machen, nie wieder, Leute Never, ever Denkt nichts Falsches von mir Guckt bei mir bei Twitter oder Twitch oder bei YouTube vorbei Let's win better heißt die gute Ich streame am 16.05. und guckt bei mir vorbei Ja, das ist wichtig, Leute, merkt euch das Datum, schreibt euch in den Kalender Jeder, der es nicht macht, muss mich leider deabonnieren Ne, das wäre scheiße Der wird aus meinen Kommentaren gebannt Ja, ich bin wichtig Ich stelle vor, irgendjemand macht das so Gem, let's play, macht das, what the fun Ey, komm Ah, ich bin runtergefallen Voll unnötig Ich weiß nicht mal, wie weit die Leute sind, das ist das Krasse dabei Hä, wir sind alle weiter als du, du bist Letzte Ja, wahrscheinlich und ich weiß es noch nicht Äh, warum Nein, du bist einfach Erste Nein, du bist vor mir Nein, jetzt gerade eben warst du Erste und dann hast du wahrscheinlich gerade wieder dein Dings Ja, ich bin wieder fünfmal runtergefallen Nein, nein, wenn du auf E drückst, wie du bist Hab ich gerade festgestellt Weil ich laufe die ganze Zeit die Treppe da runter, dann fall fünfmal Nein, 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 oh, das war knapp So Schaffst du es nicht auf diesen Block da runter zu rufen? Ich bin gerade der Weinteste Ey, darauf So, und Ja, an Lucky Block Ich bleib immer hängen Tja, hängend Nee, sag ich jetzt nicht Das ist voll doof, ich bin normalerweise besser als du Voll nett Danke Bitte Stimmt so, aber gut Nein, nicht unbedingt Mittlerweile hast du dich gemacht Hä, was soll das heißen? Ich war immer besser als du Du warst nie besser in Jump League als ich Aber du warst fast schon mal gleich gut Ja, im PvP Nein, 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 auch im Springen Du hast dich aber gemacht und hast Fortschritte Mann Ich bin jetzt kurz hinter dir scheinbar Aber ich seh dich auch links neben mir Hallo, Nachbar Geh weg Äh, ich lauf runter Das verwirrt echt mit diesem F1 Ich guck ja bei dir im Video, ob du das auch gemacht hast Dann hast du nämlich die ganze Zeit nicht verarscht Ja, ich mach das nicht Ich mach das die ganze Zeit nicht Dann schreibst du, rennst du die ganze Zeit so ein Ja, verarsch, verarsch Stell dir mal vor Schon wieder an Lucky Machst du nicht endlich Okay, ich bekomme bald so ein Archive dafür, dass ich richtig oft An Lucky hatte Ich hatte auch mal Oh, Junge, das war gerade ein richtig creepiger Sprung Aber mittlerweile gibt es neue Archive Das mache ich mal eben in Sideloop und so mit Alien-Musik Tut dann Alien-Musik? Ja In Time habe ich mit dem Basel aufgenommen, könnt ihr vorbeischauen Mann Hat ja auch was mit Alien-Musik gesagt Kannst du mal irgendwas aufwarten mit zu? Du machst auch immer Werbung bei mir Das ist die Rache Mann, das ist die Vendetta Das ist die Vendetta-Rache, ja, ja Ich verkack jetzt wegen dir, Mann Ich kann mich gar nicht konzentrieren Ich bin gerade so richtig Was verdient? Ja, bist du equipped? Ja gut, ich habe eine Werkbank Herr, dann equipped dich und kauf dir Gold Ja So Bei den kleinen Männchen unter der Brücke Oh Ja, die Verkaufung Hä, das ist schon Modul 8, for the fuck Nein, 7 Bin doch fünfmal runtergefallen Du bist vor mir Was? Und bist du denn vor mir? Ich bin da runtergefallen, dummerweise Ich war voll weit und bin vorm Checkpoint und so Hey, jetzt lauft ich da Nein, Standbild Oh ja, Gott sei Dank Nein, wir hassen uns nicht, Leute Gott sei Dank Oh, hier war richtig der Scheiß drin Magic Book Red Click to receive Mann, ich bin vom Glas abgerutscht Ist doch nicht wahr Bei diesem Modul davor noch, wo du das warst Ja, er ist besser als ich Hey, was macht das? Magic Book Ey, du kriegst ein Level Das ist neu, oder? Naja, weiß ich nicht Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt Nein, ich bin irgendwo gehen gehoppelt Ich hasse dieses Haus mit den grünen Fensterscheiben Das ist, äh, das dauert lange Und du stößt dir in den Schädel Und das sind die Sprüge, die ich Ja, ja Das ist, das hasse ich so Ich komme gar nicht mit F1 klar, ne? Gar nicht Mach das doch nicht, ich mach das doch auch nicht Wirklich? Ich mach das die ganze Zeit nicht Du bist so Ich hab's dir sogar gesagt, dass ich's nicht mache Nein, ich hab's so auch Spaß gesagt Und du hast nichts gesagt Und so Ich hab's wirklich die ganze Zeit Und ich kam nicht klar Und jetzt holt ich wieder auf Das wurde schon gewartet, die Süden der Wendetta Wendetta Nein, was ist das denn? Ich guck sogar extra nach oben, wo ich mir den Kopf stoßen könnte Und dann schlussendlich trotzdem den Kopf Den Kopf Mann, hörst du mir das Herzliche Grüße, einen Kopf Lolololololololol, trolololololol So, ich glaub, man darf einfach nicht sprinten in diesem Horst, einfach nicht überleben in diesem Ja, man darf einfach wirklich nicht sprinten Hey, ich bin um das Eck Ja, ich sprint immer Ich kann nämlich nicht ohne Sprinten laufen Auch im echten Leben Du kannst ja ohne Sprint zwei weit kommen Und jumpen Achso, in das ist die falsche Richtung Ich hab mich schon vorgewundert Ja Ja Wir haben nur noch voll wenig Zeit, ne? Herr, eine Minute, es geht voll. Ich bin gleich beim Modul 27. 99. Luftballons schweben am Horikon. So, komm. So, und hier kann ich mir nicht den Kopf schlossen, ne? So, Modul geschafft. Hier ist so ein einfaches Modul, was als hart gewertet wird. Ich liebe dieses Modul, Alter. Nein, das Modul ist richtig easy. Man, ist das weiße? Nein. Nein, das ist dann nach dem Haus. Mit diesem Steinsprünge muss man einmal so richtig tief runterspringen. Ich vergesse immer beim Haus, wo es lang geht. Ich muss mal hier ein bisschen konzentriert an die Sache gehen. Ey, du weißt nicht, was ich gerade für eine Monsterkiste hatte. Okay, das war schon die falsche Taktik. Ich gucke gerade mal, wie ich hier am besten vorankomme. Okay, das ist auch nicht die Taktik. Ich habe weniger als eine Minute. Mensch, ich will wenigstens die Kiste schaffen und nochmal die 10 Minutes einsacken. Ja, nein! Ich bin aber an der Kante vorbeigeglirrt. Oh nein, ich habe das Modul nicht geschafft. Weißt du, dass mir eingefallen ist? Nee. Das ist das Modul. Du musst mich immer muten, wenn ich wusste, übrigens. Es tut mir leid, Leute, ich bin kracht. Wünsche mir gute Besserung. Äh, auf jeden Fall. Ja, was war? Weißt du, dass mir eigentlich aufgefallen ist? Ich habe das noch nie beendet, das Glas-Ding, ne? Das mit dem grünen Glas. Weil ich am Ende immer gehe... Also, du lässt es den gleichen Fehler machen. Beim Checkpoint nochmal dagegen springe. Oh, es ist vorbei. Beziehungsweise geht es jetzt los. Nein, komm, das Modul habe ich noch. Ja. Ich hatte noch Modul 9 erreicht. So, jetzt geht es in die finale Phase. Oh, ich habe es falsch rum. Also, gutes Sequenz? Alter. Ja, ich habe keine gute Waffe. Zum Beispiel. Oh, ja, 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 ja. Halalalalalalalalalalalala. Weißt du, das sind Teamkollegen. Töten einen einfach so. Ja, jetzt kommen kriminelle Kriegs. Komm, komm, ich renn weg, ich renn weg. Ich renn weg, ja, Max, bei euch. Majestät euch. Verstehst du? Okay, ich werde dich abstauen. Euro 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 ich werde ich nicht abschauen Angst haben von dir und die ich eine Zeit gesagt es okay 9 ist nicht okay und da bist du da da bist du da ich weiß habe ich dich gekriegt ein einhergeleitet der Diamant Schuhe hätte frei einfach hätte nur Diamant Schuhe und keine Waffe die Kante herrte fag er ist hier ist nicht so dass er nicht so alles kann doch gar nicht sein er muss es überhaupt haben will ich das können in der Welt veröffentlicht Haller Lander Lander das kriminelle Keks ich hätte ihn besser er geht es gut alle aufwärts nicht die und er ihr Thema ja also das ist das Team wenn ihr auf mich geht wirklich jetzt kommt gerade alle Namen zu mir sehr verfolgt ja okay du verfolgt ihn und der ist bei mir in der Nähe gewesen ich gehe zu euch irgendwo sind noch Leute andere Leute ich suche sie Mann ich bin zu unfähig ne ich bin early boy ja warum finde ich keinen weiteren Menschen ah jetzt wird mir ein Name angezeigt das ist mein Opa Opa mein Opa weiß also mein Großvater spielt Minecraft das ist mein Opa da sie ist er mein Opa nein das ist nicht das ist der Diaschufel ist das der ist Typ ich renne ihm hinterher dann hat er nichts weiter dann kann man ihn ja trotzdem gut killen ist ja egal ob er gehackt hat ich fokuss ihn ich fokuss ihn Mann ich renne ihn jetzt schon sieben Stunden hinterher komm schon oh der andere ist in der Falle heute mit seiner scheiß Angeln hat ihn ins Wasser runtergeschlagen Kokel Vendetta hey er boostet mich zu dir das ist unfair Mann ich wollte ich wusste nein das ist mein Arm und ich gehe auf den Kiechsen Typ nicht gut muss und der Kiechsen ist runtergefallen ach sein Ernst hey warum hab ich den Kiel bekommen weil du ihn zuletzt gekühlt gehittet hast Prozent ab so ist nicht nicht Prozent das ist schon ein paar Waren das ist schon meiner ich habe doch ein Kompass er wird mich hier lang angezeigt ich weiß nicht mehr da die Uiuiuiuiuiuiui Ja genau Ja, ne? Was? 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 Ich weiß nicht mal, was ich mir rausnehmen soll, weil du so viele gute Sachen hast Okay, das war jetzt ein großer Cut, Egan Gart Wir haben ein bisschenrum diskutiert und uns Fragen gestellt, ob das ein Hacker ist Das war es von der Folge, schaut bei Wender da vorbei Aber die hat schon genügend Werbung gemacht, von daher muss ich da eigentlich gar nichts weiter erwähnen Egal, mach trotzdem Werbung jetzt, komm, hau raus Hi Genau Wenn euch dieses Hi nicht entzückt hat, dann weiß ich auch nicht weiter Schaut bei Twitter und Twitch vorbei, morgen wird es weiter Ciao und bis bald